carrier das ist die das ist die map von dem anfangsding ne ich spiele jetzt mal die kennt ihr hat schon mal jemand die r5 gl gespielt ja die spiele ich hab die ganze zeit die ist ordentlich die hat so ein ding sagt nicht dass sie so ein ich gebe ich mal hier aber schleichen oder oder wollt ihr durch ich hab mich verlaufen am besten keiner steppt dann mehr oder wenn du mal recht links bei mir kommt durch diesen kommen hier runter bei mir kommen zwei bei mir zwei stehen da oben an dieser ja da kommt noch einer runter der eines um noch einer noch einer bei brandon auf der seite die nade war richtig nice ohne scheiß wie viele runden braucht man denn nach hier ist nach nach die ersten man gerade gesehen hat ballert nicht so hart rein aber die super leistet bei ihnen pass auf sich dass da wieder einer der tür gammelt wir sollten vielleicht gleich mal ab hier ja gut okay der hat mich war das der terra hinter dir müsste einer kommen der hat nicht gefolgt auf a ist sicher was was ist denn die beste klasse muss da du musst die auswählen die dir das sagen im tutorial lol wo war der ich mache gerade auch gar nichts ich gehe mal mit dem anderen es warst du auch wenn wenn das ist das nicht ein paar es lenken watt kürzARD Futon es ist endlich freundlich nein ich habe ich schon eigentlich geht der kann ja ist klar was hat er für eine waffe gehabt dadurch war ja noch springt aus der wand hervor und das alte speakers advantage genauso bin ich auch gestorben der erste kugel er ließ ein bisschen links lustig ja ich habe nur 25 spieler steht einer gerade vor da muss einer stehen brennt der typ ist ich weiß nicht aber das ist bullshit hatte der schrotze war das john taylor das merkt man wir haben empfangen ja ganz normal kommst du ist auf a ich bin einfach durch daran eine bei mir ist close noch irgendwo da steht noch irgendwo ich hab den gehört gehört da unten steht er ok da hast du den hier ja wo denn hier auf a oder so nicht da lang hier lang hier und dann rechts abbiegen hier ok 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 yeah ein ace ach ne doch ich pf ne einen hatte ich mhm hat er wirklich in dem vorken es war auch einer wenn man es gibt da stehen zwei das sind zwei brennen einerschnitt oben zurückgegangen einer steht da oben kann man dass das muss man auch erst kennenlernen ja vor allem die können sich da richtig gut drauf einstellen dass einer auf der treppe da steht und einer dahinten hier ist immer noch einer wir kommen vor weiß ja nicht direkt der war dadurch hat er kann auch vielleicht der eine habe ich der andere hat geprüft hey Liga kommt vor der eine war B lang einer doch gegen den gibt es nicht hier lang ist der nicht tot ich habe den zweimal geworfen er kommt der lang hat nicht mehr so viel AP ich habe den eigentlich gut getroffen aber ich mache mal Sniper ey mir geht das mega auf den Sack nein spinnig Sniper wir haben eh schon zu viele Sniper geht nicht mehr wir haben G-Supp an den Dissens getroffen aber andere Seite elli von wo denn da ich habe ihn also hier auch Picos Advantage oder was nochmal auf von A es gibt kein Spiel ohne Picos Advantage muss noch mehr auf A sein Terra mach doch mal links kacke alter wenn wir gehen Richtung B guard bitte was Hä was ist der letzte bei was beim Sniper ja willst du dieses Fenster nehmen in der langen Seite ich habe keine Sniper grad ich habe keine mehr ich habe die gerade weg weil ich nicht wusste wegen der Seite hier ja ja dann gehe ich aber ich bleib trotzdem mit hier ich würde da nicht piken ich glaube ich hätte einen schwarzen Bitschern du was da steht noch einer am spawnen immer wenn ich nachlade kommen die um die Ecke wo denn an welchem spawnen denn? an denen dem spawnen auf A auf A draußen da am Schiff draußen auf A auf einer Raum auf Schiffstreppe psch 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 deswegen dachte ich mir du warst da nicht am spawnen das kann gar nicht sein das war soll ich jetzt nehme ich Sniper ok? ich gehe da oben hin äh hast du gesehen wo wie man da hinkommt? na komplett links halt da dauernd oder? ja links 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 der immer selber in dem Fenster war weiß dass du da hingehst oder ich dann wird das abaimt zieht man das vernünftig dahin? ja ja da links links nice wa Terra Achtung oh good job wo war das jetzt? Terra ist bei dir noch was? nö der ist halt mega weit weg ich schau trotzdem mal noch bei dir hier ja ja ich gehe hier aber auch weg der scheint nicht hier zu sein ne bleib da ich bleib da oben dann wisst ihr wo dich sind? ne also der war irgendwo in der Mitte glaube ich der letzte da ist nix branded da schau ich auch mit der Sniper dann muss es Richtung A sein ja dann geht ihr mal Richtung A ich mach den Außengang hier und ich höre ja auch zu Noten ein bisschen was ich bin A-Connector hier zur Mitte ich bin A-Connector hier zur Mitte muss ich mir ne Waffe hier kaufen ey hier musst du nicht der ist hier vor mir lass das gleich nach der Runde machen Sinnig der kommt A-Mitte geht wieder nach außen da wo er vorher war am Fenster branded ja Juli deck da Juli deck da 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 auslöser er konnte nur da oder bei Brandon ja ja ich wusste ja ich wusste halt nicht ob er da links ist oder ich kenne die Map halt auch zu wenig wenn du sagst da außen dann weiß ich was gemacht ist was ist eigentlich wenn ich hier direkt in diesen Tunnel da oben reingehen das Luftdingsschacht da kann ich auch nicht außen snipen ist egal ich machs nächste Runde ich glaub der kommt der muss auch irgendwo hier oben rauskommen Boah dann komm ich direkt auf den Spot Junge die haben gesmoked hier hinten die werden da irgendwo durchgehen wollen ah der hat mich erwischt aber ich hab ihn auch schwer verwundert mit einer Granate bei dem MG-Sub ist was irgendwie gerade durch sehr sehr viel wir sind in diesem großen Mittelraum zu dritt oh oh scheiße wie kann ich den die kommen jetzt hier hoch genau der ist bei dir noch was da außen war die waren die wir waren da wo du bist äh denn A auf A sind es sicher weil sonst wer bei euch bei B Bewegung eine schöne Waffe die sind auf A kannst du da reingehen was ist hier von hier keine Waffe Leute da steht doch ja ja Links dann aber er muss er will ich hab hat jemand einen Plan wie lange man zum defusion braucht ja wie viel ist das wie lange du da braucht ja ja wie lange ist das wie lange man braucht fünf Sekunden glaub ich ne ja ja es war richtig den ersten Puschen Branded ich hatte den nicht gehört bei mir war Soundbuck ich geh wieder oben kann ich hier direkt durchgehen links ne durch den Tunnel kommst du direkt auf B-Spot ach so ok das ist ja ja wenn der jetzt gleich wieder da oben smog ne oi oh ne zum Glück nicht der hat grad meine Kabine oben gesmogt der Affe auf B kommst du kann ich alle hören bis jetzt sind die jeder runter durch einer war noch spot einer war noch hinten bei denen Vorsicht Ellie da hinter dir diese Tür kann der was machen du sie deckt meinen Arsch ja ja da war einer ganz hinten aber boah der hat aber gecampt ey mein Junge ist da noch einer ja der war da rechts direkt um die Ecke no das ist da in der Ecke oi ich hab's ja gesagt trefft die Wartausenmater kommt für zehn Sekunden Blut aus denen raus ich schieß das ganze Magazin in dir die sterben nie die 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 man sich holen kann was gibt's da man kann sich Rüstung kaufen ich hab Rüstung an ich auch ich glaub jeder hat die die ich ja im Standard trage dabei ein ja aber es gibt bestimmt noch bessere Rüstungen wie komm ich den überhaupt auf A da da hier rechts ich ich fänds lustig wie der sich darüber beschwert dass äh so viele Ganaten sind aber solange wie die Time der Ganaten ist wenn man meinen hat er irgendwann gelernt hat er ja der erste war wenigstens noch geil hab ich beim ersten gescout bei euch kann ich irgendwo in der Mitte snipen geht das da irgendwo wo die mehr kommen ja da oben kommt halt nie einer das ist ziemlich nutzlos ja die pieken da oben immer nur minimal da ist noch mindestens einer da ist noch mindestens einer rechte Seite weil dann muss ich halt das da lang können zwei stück genau da gerade durch ach du musst mal rein schrauben dann wird das auch nicht also no hä ja genau ach so knappe Kiste hier du wollen wir mal zu spät ich hab schon ja ich wollte gerade sagen halt das Problem ist glaube ich dass die die defensiv spielen die hocken sich irgendwo hin warten kurz und wir pushen halt drauf wir treffen die einfach immer genau in der Mitte weil auf aller Art fang dass sie bespielen elli ich hab den geh zurück elli geh zurück ich habe musste ich habe genau in dem moment nachgeladen wie du da rechts außen ist auf jeden Fall was rechts außen ja hat mich gehebt drohen auf 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 a auf 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 Soll ich noch mal Sniper Spinos rechts lassen? Brauchen wir nicht Also gerade kam wieder einer da oben halt, ne? Ich glaube da bist du besser dann mit einem Sturmgewehr Oder dem her Ich gehe mal mit A, okay Die werden B nicht kommen, die werden immer noch denken Ich stehe da mit meiner Sniper Die werden dann nicht kommen Wenn wir essen hier bei mir Oh der andere, oh shit Ah mensch, wie schnell sind die an dieser Ecke Das ist nicht normal LOL, wie geht das denn? Was? Durch den Rauch What? Ja ich schieße auch ganz oft durch den Rauch Diesen Art her, ne? Einmal mit der Sniper geschossen und die gingen in meinen Schädel oben am Fenster Durch den Rauch durch, das kannst du mir nicht erzählen Hier Durch den Rauch Ja das war jetzt nicht durch den Rauch Soll ich noch mal Sniper nehmen jetzt? Das andere war auch nicht viel besser, ich nehme noch mal Sniper Oben da muss er ja auch nur auf den Tracer schießen Hallo? Was denn? Ihr seid ja noch nicht so weit 7, 7, 7 Ist mit zwei Unterschiede oder entscheidende? Nein, 8 Lass mal die hier wirklich passiv spielen Die in uns reinpusten lassen Nicht weiter vorpusten zu den normalen Fetzen Oh lol, so schlecht Alter, wie schlecht ist der? Ich habe zwei schon hier drüben Klatsch Klatscher Kick Ja, die werden hier nicht mehr pieken bei mir Ich gehe kaum zur A rüber Die werden hier nicht kommen Good Job Elli, was ist? Mach mal Ansagen Na, der ist hier drinnen in dem Raum Zwischen dir und mir Kommen die über den B dann oder was? Kommen die über den B? Kommen die über den B da hinten oder? Ne, der ist da in dem Zwischenraum Ich weiß nicht, wer Wenn man rechts in den Gang da reingeht B? Da steht so ein paar komische Server Und der hat sich einfach dahinter verkämmt Good Job Wow Für ne Scheiß Knappe Kiste, Alter Ja Da haben zwei lang gepiekt Einer push vor Ich gehe den ersten Und hinten steht der irgendwo Ich drücke mit der Sniper Und ich drücke dem Lucky Headshot Ja, das war klatsch, ey Boah, Alter, wie viele Punkte es gibt Ich habe 15.000 Gold bekommen oder so Alter, ich habe über 2000 XP bekommen Ich bin ganz gut Level fast Ja Das war noch ein Ende, das Gold Ich bin Granheisen, Oma Gold sind die grauen Punkte oben Das war Stell dir mal vor, das mit 8 gegen 8, ey Das ist der richtige Cluster Ich freueide Ich freuePche Bis zum nächsten Mal.